Man nehme einen alten Fan-Liebling, dessen Background-Story jeden Frühjahr zu blöd war, einen neuen Zeichenstil, mit dem sich alle anfreunden können, und packt obendrauf noch jede Menge Action, Action, Action. Das Ergebnis... Nein, stopp, das ist der falsche Film. Denn hier geht es heute tatsächlich um das Beste aus... Dragon Ball Super Bro Lee. Oh yeah! Bro Lee, das ist der Typ, der mehr Testosteron verströmt als Meisterpropper, wenn er sich im Hochsommer wieder mit Popeye zum fröhlichen Spinatverdrücken trifft. Die geballte Ladung muss gehen, die selbstfähig geht, dass Scouter bis ins Unendliche zum Erhitzen bringt. Der gute Toriyama nimmt den Stift wieder selbst in die Hand. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, und verpasst dem Bro Lee ein überarbeitetes Design und ne neue Origin-Story. Der neue Film erkundet die Herkunft unseres Affenjungen Son Goku und erklärt, wie das denn früher war mit der Love-Story zwischen Broleys Vater, den Saiyajins Freezer und warum zur Hölle Panagos diesen Staxi-Rock trägt. Dabei setzt Tori Animation auf einen neuen Zeichenstil, der selbst die Darkdates von Night erblassen lässt und schickt die beliebtesten Charaktere des Universums in einen Kampf um Leben und Tod gegeneinander. Vegeta vs. Bro Lee Son Goku vs. Bro Lee Freezer vs. Bro Lee und am Ende stirbt der Glatzkopf. Verdammt! Oh ja, das ist Dragon Ball Super Movie Bro Lee. Die Herkunft der Saiyajins, die Machtspiele von König Vegeta und die Geschichte des legendären Super Saiyajins. Endlich in einem Film mit der puren Dosis und Erhaltung. Ja, eigentlich gab es davon jetzt schon drei Filme. Die waren aber nicht von Akira Toriyama selbst und gehören daher, wie der Shooter-Anime-Freund sagen würde, nicht zum Kennen-Bereich. Dieser Bro Lee wird jemand mit einer nachvollziehbaren Geschichte sein und niemand, der Wut im Brand den halben Tag nach falsch ausgesprochenen Karotten ruft. Dazu kommen neue Verwandlungen. Unsere Freunde werden wohl wieder einmal die Muckis des Super Saiyajins Gott spielen lassen und Freezers neue Form ist auch wieder am Start. Wie hieß die denn nochmal? Ach Gottchen, es war so einfallsreich. Am besten ich lasse es ihnen selbst nochmal erklären. Ja, meine lieben Freunde, all das und noch vieles mehr ist das Beste aus Dragon Ball Super Bro Lee. Und ich bin mir sicher, dieser Film wird jeden Fan in die heimischen Kinos locken. Im Dezember könnt ihr euch dann zumindest die japanische Fassung mit deutschen Untertiteln geben. Ihr seid jetzt bitteschön die Besten auf der ganzen Welt. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonniert und aktiviert die Glocke, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Und ich sag, ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Krangus. Euer Krangus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017